Hallo mein Lieben und herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Hallo! Hallo Martin! Aber wahrscheinlich nicht mehr im Discord oder? Auwa! Auwa! Zieh den mal hoch! Der ist im Crew Channel Im Crew Channel Ist ja gar nicht nervig Wow! Martin, wir sind auf dem Weg zu Katana-Öle Machst du mit? Los! Warum ziehst du den nicht im Discord hoch? Ähm, weil da mein Spielcrash Kann das mal Walkie oder Strobel machen, bitte? Aber das sind viele Spiele! Was? Nee! Blubblubblupblump Blubblubblubblubblub Guten Nacht! Aha Danke! Ich glaube, wenn Ani walkie-talkie ist, würde es immer mit Scheiße machen. Das wäre so geil. Ich hatte früher mal von irgendwelchen anderen einen Knallempfang. Ich glaube, ich würde das zu meiner Nachbarin irgendwo verstecken und dann nachts einfach so rumschreien. Bist du noch wach? Oh, weint out. Ja, genau, Miau für die Katze. Das war letztens so geil. Sie wohnt ja sozusagen wirklich nebenan. Und dann waren bei ihr auch die Rollladen runter und halt nur noch so ein ganz kleines Stückchen unten auf. Und ich wusste halt, dass die Katze da davor sitzt, weil da war, die Gardine hat sich so bewegt. Und da habe ich wie so eine Verrückte dagegen geklopft. Und sie meinte dann, die Katze wäre total ausgerastet, weil sie gar nicht gecheckt hat, was abgeht. Todeslustig. Ja, Martin, kommst du jetzt wieder? Wie aus jetzt, ja. Ich bin doch nicht im Spiel drin. Nein, ich meine in die Höhle mit. Da ist zu Fuß laufen. Es dauert das ein wenig. All right. Wo müssen wir denn lang? Noch ein Stück hier lang. Was ist, wenn man einfach in diese Grube da reingeht? Musst ein Seilband drüber spannen, dann kannst du bis runter springen. Und was macht das dann? Ist das dann besser? Kommt da unten. Kommt nicht mehr hoch. Ja, aber wenn du unten bist, wenn man die Story durchzocken will, ist das sehr gut, weil wir sie gucken. Das könnten wir eigentlich sogar wirklich machen. Einfach eine Seilbahn drüber spannen. Ja, dann los. Und dann sich fallen lassen, oder was? Ja, ich weiß nur, ob man noch irgendwas dafür braucht. Genug Material, um den Boss zu besiegen. Ja. Wobei, mit mehreren Leuten geht der Boss eigentlich. Hm? Mit mehreren Leuten geht der Boss eigentlich. Ich hoffe, geht er auch. Das ist mir klar. Ja, mir egal. Wir können das probieren. Ich weiß ja nicht, ob man auch immer die Taufeausflüschung oder die Teta-Axt dann braucht. Wenn ihr da jetzt unterjumpft. Ja, dann lass einfach erst in die anderen Höhlen. Im Fall ist ja Timing getragt. Wenn du zu früh oder zu spät abspringst, dann klatscht du auf den Boden. So ein bisschen Matsch. Matsch, Matsch, Matsch. Wieso, ist da unten ganz unten in die Mitte Wasser, oder was? Ja. Ach so. Ah, okay. Ich finde das faszinierend. Ihr seid mindestens 10 Minuten mit dem Boot gefahren. Ich bin gelaufen und bin trotzdem direkt hinter euch. Ja. Wir haben Zeit gelassen. Wir mussten das so gut. Wir haben Zeit ziehen gemacht. Ja. Wir haben Inseln angehalten. Kathi hat gesungen und gespeichert. Ich habe Glück, dass man ein Auto so gut hier ist hat. Ja, ja. Sonst hätte Kathi gesungen doch weiter gesungen. Sonst wäre ich schon nicht da. Ich muss zwar keine das lauten. Na gut. Leute, mir ist kalt. Nerv nicht. Wieso, Kessi, jetzt sitzt ihr schon da? Ich muss auf Toilette. Mir ist kalt. Ich muss Pippi. Prost, Marlen. Herzog, chill mal. Wir haben keine Energie mehr. Ich habe auch nicht. So, wo ist es denn jetzt? Ich muss auch mal gucken, wo die der Höhlenangang war. Ah, hier. Da unten? Ja, Strobel. So ist das. Gar nicht. Wieso sollen wir das denn lachen? Fall nicht. Anni, ich weiß was von, äh, Leute beim Schlagabend stellen, dann müssen wir den Strobel auch feststellen. So, wo seid ihr denn jetzt hin? Wähle. Bäm! Hallo, Kopf. Marlen, der Anhang ist genau über mir. Gibt es ja auch Snacks? Wird da bestimmt. Habt mal den. Müssen wir, nee, wir müssen, von da kamen wir ja gerade, ne? Ja. Ich stehe. Können wir irgendwie ein kleines Lagerfeuer machen? Ja, mach mal. Ist da was dabei? Hast du keine Stöckchen eingepackt? Ich habe auch keine. Ich weiß, einen Gang nicht. Genau über mir. Ja, ich habe hier einen Laternenputzer. Der hat einen Gang rumhubst. Brauch ich, naja. Ich bin mal wieder hochgekrabbelt. Brauchen wir nur ein paar Stöckchen. Ich kann's, du kannst ja gerne auch hochkrabbeln und Stöckchen sammeln. Wir brauchen noch ein Stöckchen. Alter, ein fucking Stöckchen. Ja, den hab ich. Ja, okay. Dann komm. Ich bin aber gerade noch um unterwegs. Sag mal, wo habt ihr überhaupt das, äh, irgendwie hab ich auf der Yacht, äh, das, das, den Wurm eigentlich gesehen. Scheiße, den hab ich gar nicht. Der liegt auch weg direkt. Ja. Ah, ja, immer wenn ich da war, waren immer Leute davor. Oh, pfff. Ja, genau. Hä, jetzt kommt ihr beide runter, oder was? Ja. Ich hab schon gehofft, dass er mal den Eingang findet. Ah, mein Held. Womit krieg ich jetzt wieder Energie? Kannst du mal einen Walkman irgendwo auf den Stein stellen, oder sowas? Wie geht das denn? Du kannst auch die Energieriegel futtern, du Held. Hab keine. Das warst du keinen, der ist gar nicht guter gemacht worden. Hab ich schon alle gebraucht. Für was? Energie. So, weiter geht's. Anni, stell doch mal den Walkman da irgendwo hin. Es geht weiter. Ja, Armsee. Was, hier ist ein Armsee? Ja. Ja, ich kann nicht kämpfen, ne? Ohne Energie. Dann trinkt eine Soda. Echt? Hab ich auch nix mehr. Alter, was machst du denn? Ich hab nur noch Alkohol. Oh. Ah! Hallo, du feiernde Wuchser. Oh. Ich versteck mich. Du Sau. Das hört sich echt böse an. Pfeil und Bogen hab ich natürlich auch nicht. Super. Hallo? Okay, dann fahren wir unsere Party. Was hast du? Meine Flugzeug-Axt. Alles klar. Ich wollte mal draufhauen. Okay. Ich muss mal... Ach so, jetzt haben wir unser Lagerfeuer nicht. Ja, hinten geht dauernd ein Feierchen. Wo? Weiter. Linksrum. Ja doch. Hier gibt's ein Feierchen. Mein Katana. Oh, ich bin falsch gelaufen. Und da gibt's sogar Essen, Kathi. Hä? Wo seid ihr denn? Linksrum. Ach, hier unten? Okay, Ganglo. Ach, lol. Okay. Ich hab mich schon gewundert. Hä? Ach so. Alright. Pass auf, Kathi kommt jetzt nicht hinterher. Aha, hallo. Oh! Warte, hier willst du auch Essen. Oh! Scheiße! Ah, hier gibt's Essen. Sehr gut. Riff aktuell, Kathi. Na, 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 na. Na, warte, Kathi, ein Feuer findet erstmal reinlaufen. Ja, je ist kalt. So. Okay. Äh, ja. So. Also ich hab dann das Schwert auch, oder? Ja. Hier hinten gibt's noch Taschenlampe. Ah, ja. Gibt's, ne? Hm, und ganz viel Soba. Ich will gleich mal voll trinken. Wo bist du denn da hinten? Endlich. Warte, was soll hier nochmal sein? Ich weiß wo. Hier hinten ist ne Taschenlampe. Und hier ist Tinky. Habe ich ne Taschenlampe jetzt schon? Wo steht die? Äh, neben dem Katana. Und links unterm Rucksack. Hey, deine Ecke. Ne, nicht in der Ecke, aber so ziemlich links am Rand. Ja, kann ich noch hier bei mir. Rauda. So, wo ist Katana? Hm, naja. Loot, loot! Hi! Na, wie geht's? Katana steckt hier in den Blut. Alkohol, Geld. Alkohol, Geld, tote Menschen. Kashi stuft sich erstmal alles in die Taschen, wenn er von der Insel runter ist. So. Ja. Irgendwie siehst du nicht so gut aus, Kollege. Hm, gut. Okay, Katana haben wir. Deswegen springt noch die, äh, die Taschenlampe, müsste doch eh aufdeckt sein. Die haben wir doch schon gecallt. Taschen kommen mit. Was? Komm mit, Taschenlampe holen. Ich hab's doch grad vergessen, wo ich sie geholt hab, aber... Hier. Hier. Falsche Richtung. In de Loche. Ist der Forest gut? Ich find's super gut. Kommt mir vor wie Ewigkeit. Ja, mir auch. Okay, was... What's the next step? Ich glaub, wir kriegen in jeder Höhle auch noch die Kletterachse früher oder später. Bin ich mir aber unsicher. Die Kletterachse, die war doch irgendwo beim Hochkrabbeln. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie wir da hinkommen. Ja, die findest du automatisch, wenn du diese Wand hochkletterst. Ja, dafür musst du erstmal zur Wand kommen. Ja. So, ja, dann lass mal weiter, oder? War nicht hier auch die Motorsäge? Weiß ich nicht mehr. Ich... 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 Kati, kommst du hinterher? Wo seid ihr denn? Weg. Da. Folge den Namen. Äh, Hilfe! Was für... Hilfe? Ach, ja. Und was sind das für Klamotten? Weiß ich nicht. Bin ich jetzt sexier? Ich wollt grad sagen, da hinten sind welche. Au! Ein Miststück! Wir kriegen jetzt halt, wo ich dich macht nicht, wenn ich, weil wir fast keine Rüsten haben. Oh, danke, Kati. Okay. Hm. Und was ist mit ihm? Ich glaub, ihm geht's nicht so gut. Ey, da unten zuckt's noch! Ey, der läuft weg, die Sau! So! Er läuft Martin hinterher! Mannin! Jetzt ist er tot! So! Wo müssen wir denn? Müssen wir nicht hier irgendwo hoch? Oh, für mich sieht das alles gleich aus. So! Ich brauch's noch kurz den leichten Ausschlag. Ich brauch die Arme und Beine. Ich lauf Martin hinterher. Hä? Okay. Dieses Feuerzeug geht manchmal einfach aus. Ist voll nervig. Wir haben dann doch. Ah! So! Zack! Zack! Aus war ich die Beste, aber... so! Aha! So, links oder rechts? Ich bin jetzt rechts rum. Rechts. Rechts laufen. So, Leute. Das war's aber mit dieser Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Den Link könntest du aber sehen, dass es vielleicht da die... Bis dahin. Tschüss.